Nachdenkseiten Die kritische Website Er ist ein Held und wir danken ihm für seinen Dienst. Kanadisches Parlament ehrt bei Selensky Besuch Veteran der Waffen-SS. Von Florian Warwick Kanada in Aufruhr. Nach seinem Auftritt vor der UN-Vollversammlung reiste der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky Ende letzter Woche nach Kanada weiter und hielt eine Rede vor dem dortigen Parlament. Als Ehrengast war unter anderem Jaroslav Hunka geladen, ein ukrainischer Veteran der Waffen-SS. Dieser wurde explizit als Kämpfer der ukrainischen Unabhängigkeit gegen die Russen im Zweiten Weltkrieg sowie ukrainisch-kanadischer Held geehrt und mit Standing Ovations gefeiert. Nach Widerspruch und Kritik von jüdischen Organisationen legt man in Kanada nun den Rückwärtsgang ein. In Deutschland wiederum versuchen Historiker und Journalisten der Slava-Ukraine-Fraktion den Vorfall und die Rolle der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS zu relativieren. Wir haben hier im Plenarsaal einen ukrainisch-kanadischen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, der für die ukrainische Unabhängigkeit gegen die Russen gekämpft hat und auch heute noch im Alter von 98 Jahren die Truppen unterstützt. Er ist ein ukrainischer Held, ein kanadischer Held und wir danken ihm für seinen Dienst. Danke! So lautete die E-Loge auf den als Ehrengast geladenen SS-Veteran Jaroslav Hunka durch den Sprecher des kanadischen Unterhauses Anthony Rota. Im Anschluss gab es minutenlangen stehenden Beifall für den 98-jährigen rüstigen SS-Mann durch die Abgeordneten sowie den kanadischen Präsidenten Justin-Pierre James Trudeau und seinen ukrainischen Amtskollegen Zelensky. Doch wenig später machte unter anderem der kanadisch-ukrainische Politikwissenschaftler Ivan Kaczanowski, welcher an der Universität von Ottawa lehrt, auf den Hintergrund des so euphorisch Gelehrten aufmerksam. Zitat Dieser Veteran der SS-Division Galicien wurde vom Sprecher des kanadischen Parlaments als ukrainischer Held und kanadischer Held bezeichnet und ihm wurde für seinen Dienst gedankt. Hat irgendjemand im kanadischen Parlament, in der Regierung und Zelensky, die alle diesen Veteranen applaudierten, gewusst, dass er in der Waffen-SS-Division diente? Zitat Ende Zahlreiche jüdische Organisationen verurteilten die Ehrung des Veteranen der Waffen-SS. So forderte unter anderem die jüdische Menschenrechtsorganisation BNI-Breath Canada eine Entschuldigung des kanadischen Parlaments und erklärte Zitat Ende Auch die Freunde des Simon-Wiesenthal-Zentrums, FSWC, verurteilten den Vorfall in einer Pressemitteilung ebenso in scharfen Worten. Die Tatsache, dass ein Veteran, der in einer Nazi-Militäreinheit gedient hat, ins Parlament geladen wurde und dort stehende Ovationen erhielt, ist schockierend. Zitat Ende Zudem wird in der Mitteilung noch betont, dass es keine Verwirrung darüber geben sollte, dass diese Einheit für den Massenmord an unschuldigen Zivilisten mit einem unvorstellbaren Maß an Brutalität und Bosheit verantwortlich war. Auch der polnische Botschafter in Kanada meldete sich noch am Sonntag zu Wort und kritisierte die Ehrung durch die ukrainische und kanadische Staatsführung eines Mitglieds der Waffen-SS Galicien, einer seinen Worten nach berüchtigten Militärformation, die für die Ermordung tausender Polen und Juden verantwortlich war. Am Sonntag entschuldigte sich nach massivem medialem Druck und den geschilderten Interventionen der jüdischen Interessenvertretungen der Sprecher des kanadischen Unterhauses, Anthony Rota, und erklärte, Wirklich bezeichnend in der ganzen Angelegenheit ist allerdings nicht die Reaktion in Kanada, sondern die Art und Weise, wie dieser Vorfall in Deutschland bewertet und eingeordnet wurde. Dabei verschlägt es einem teilweise, ob der zur Schau getragenen Geschichtsvergessenheit und offenen Relativierung die Sprache. Exemplarisch sei auf die Twitter-Äußerungen des an der Universität Halle-Wittenberg lehrenden Historikers Kai Struwe verwiesen. Dieser erklärt positiv Bezug, nehmend auf einen Tweet des unter anderem für ZDF und Spiegel schreibenden Journalisten Thomas Dudek, der die Ehrung des Waffen-SS-Veteran als blöd und kontraproduktiv abtut, dass die Waffen-SS-Division Galicien ja gar nicht so schlimm gewesen sei, wie behauptet. Schließlich sei diese keine Massenmordeinheit von SS und Polizei, sondern eine operativ der Wehrmacht unterstellte Einheit gewesen. Das muss man erstmal setzen lassen. Im Jahre 2023 kann ein Historiker, der an einer bundesdeutschen Uni lehrt, ohne dafür Gegenwind von etablierter Politik und Medien zu ernten, sogar ganz im Gegenteil erklären, man müsse die Waffen-SS Galicien, da ukrainisch dominiert von Massenmordeinheiten abgrenzen, da diese der Wehrmacht unterstellt gewesen sei. Das alte und schon längst wissenschaftlich widerlegte Märchen von der Weißen Weste der Wehrmacht. Ganz so, als hätte es zum Beispiel die fundiert recherchierten Wanderausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung zu Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, sowie Verbrechen der Wehrmacht, Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 bis 1944 nie gegeben. Der schon erwähnte kanadisch-ukrainische Politikwissenschaftler Ivan Kaczanowski von der Universität Ottawa macht übrigens auch darauf aufmerksam, dass der SS-Veteran mit seiner Vergangenheit ganz offen umging. So hatte er auf seinem persönlichen Blog zahlreiche Fotos und völlig unkritische Berichte über seine Zeit bei der Waffen-SS veröffentlicht. Man wusste in Ottawa also vermutlich sehr wohl, wen man sich dort auf die Ehrentribüne geholt und geehrt hatte. Doch im Gegensatz zu Deutschland wurde die Ehrung im Nachhinein zumindest milial und wissenschaftlich kritisch reflektiert. Hierzulande, das muss man sich wirklich in der gesellschaftlichen Implikation in aller Deutlichkeit vor Augen führen, wird hingegen zum einen die Bedeutung der Ehrung von Journalisten der Leitmedien heruntergespielt und, noch weit dramatischer, die Rolle der Waffen-SS Galicien und ihrer nachgewiesenen Verbrechen von Mainstream-Historikern mit Verweis auf den Kampf für die ukrainische Unabhängigkeit und gegen die sowjetische Besetzung Galiciens und Voliniens relativiert und dies trotz der bestehenden Quellenlage. Der Schoß ist fruchtbar noch. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und, wenn Sie auch etwas tun, Sie können uns abgeben, dann können wir uns abgeben. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.